Ja, das sieht ja schon mal gescheit aus, ne? So, guck mal, hier vorne ist aber, ja? Wenn man meint, hier vorne ist verladert, da ist verladert, hätten sie auch noch mal frei. Ja, ich finde das jetzt so. So, jawoll! Ich würd mal sagen, jetzt sind wir los hier. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. So, ich würd euch schön genannt und herzlich willkommen bei euch. Ich würd mal sagen, die Teufel haben wir wieder gesagt. Jetzt fahr ich jetzt hier mit dem Ganzen hier an. So, ich schätze, dass ihr bei den Seinemordillette schmeckt, ne? So, alles klar, wir haben gestartet. Jetzt fahr mal ganz viel mit dem Ganzen hier an. Achterfühle, 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 ne? Also, ihr seid hier so ein paar Schlafzahlen. So geht das nicht, ja? Wir schauen los nach euch. Alles gut bei euch? Alles gut bei euch? Das geht ja, ne? Wollt ihr es schneller? So, jetzt aber schneller, schneller, schneller. Schreie, schneller! Schreie, schneller! Juhu! Das war's! Jetzt hört ihr nicht mehr. Sagt nicht, ihr könnt immer noch. Könnt ihr auch? Warte, warte. Ich hab mir gedacht, dass sie das anders machen. Folge nochmal! Ja! So, dann tust ihr jetzt an der Mutter. Haben wir den rechten Arm da oben? Haben wir den rechten Arm da oben? Jetzt den linken. Jetzt wieder den rechten. Von den linken. Und lass mal beide Arme da oben. Und jetzt lass die oben da rein. Ja, ich muss noch. Oh! ...autalerisch. Ich hab keine Fahne einfach geschrieben, dann nên der scare outrode�. س Oooooooooooooooohhhhhh Oooooooooooooooohhhhhh So, jetzt waren wir auf die Kamera und könnt zum Schambleiben, ja? Ne, 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 so sieht es nicht aus. Habt ihr da eine Garnassie-Kontrolle, ne? Im Park ist sicher, sind das schon blau angelaufen, aber ich würd' mal dann sagen, ihr könnt's doch mal, oder? Sagt nicht, ihr könnt aber noch. Könnt ihr da noch? Jaaaahhhh Was geht denn auf die Lover? Könnt ihr noch mal ein? Jaaaahhhhh Ja, das war schon mal ein Geschlechterhand, weil wir sagten, vonßen doch scheiße zu Hause. Wollen wir noch mal! Jaaaaahhhhh Alles klar, ich hab überzeugt, aber wir haben jetzt mal ab dafür. Na komm, Reggie, scheiß Geis in deinen Himmel, hey! Ja, 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 ja. So, jetzt habt ihr es aber geschafft, ne? Ja, das ist die Mordkratze. Hä? Ja, ein Hältchen. Also, das sieht ja alle mal ganz schön gut aus. Ja, schätze mal, sind es dein Haargemer, oder? Meine sitzen noch. Wollt ihr mal sagen, da gibt es so ein tolles Produkt, das nennt sich Haarspick. So, wie schon was? Wollen wir dabei? Ja, ihr sagt mir ja so gut. Dann machen wir es nochmal. Kommt, letzte. Finale. Na, hier muss ich doch einfach mal. Finale. Finale. Hey! Ohhh! Alles klar, wer da już nie mausgat kaputt? Dann schätze題 hacerst Waliyisch. Ja, wuyah, mir hat den. Was steht im ум? Ja, schmeckt da noch. Was an's Waliyisch? Daź hab er noch. Vielen Dank.